Pauze, grüezi. Das ist Ihren Reiseanbieter Keller, grüezi Frau Pauze. Grüezi. Ihren Ferienflug, den Sie gebucht haben, wurde leider abgesagt wegen zu wenigen Leuten, aber wir hätten eine statt am 9 Uhr, die am 11 Uhr abfliegen würde. Wäre das ok? Ob am 9 Uhr oder am 11 Uhr ist mir scheisse egal, hauptsache ich komme in die Ferien. Super. Also dann schaue ich schnell wegen dem Flug. Ich hoffe, dass der nicht teurer ist. Kurzen Moment bitte schnell. Ja. Oh nein, aber nicht das lief. Nein. Sind Sie noch da, Frau Pauze? Ja. Das System hat jetzt gerade etwas länger, aber es sollte gut aussehen. Ok. Ich schleife Sie einfach noch mal in die Warte. Ja, aber lassen Sie bitte ein anderes Lied laufen. Das ist das schlimmste Lied, das es gibt. Entschuldigung. Ui. Was läuft denn für ein Lied? Der Dance Monkey, das komische. Das ist ein furchtbarer Lied. Dann hoffe ich jetzt für Sie, dass etwas anderes läuft. Ok. Super. Ich lebe. モ Robin tanken peu la thy gl лêêêêêêêêêse. Hey beekeepers. Fusssie Brothers S scaleyias de latyêêêêê, sens Germsieиз. Das ist eine andere Musik. Nein. Ich denke, dass ich den Hörer in einen Wasserkübel hinein denke. Nein. Frau Pausen, ich habe gute Neuigkeiten. Ja. Ihre Schwester hat sie beim Radio angemeldet. Nein, das darf nicht wahr sein. Ehrlich? Scheisse. Herzlich willkommen beim Keller davon. Oh, das kommt sie zurück. Überwachst du. Hahaha.